So, gleich nochmal versuchen. Es gibt ja da keine Probleme, aber... Mensch, was macht denn der? Irgendwie, bin ich gerade auf den Bisschen drin? Ah! Ach, schneller drücken geht nicht. Mensch, nun greifen doch, Mimi! Ja, genau, ey! Was? Ich verarschen ein bisschen? Das funktioniert hier gerade gar nicht so. Ich hoffe... Mensch! Was ist denn hier so schwer jetzt? So, das ist natürlich besser, wenn wir ihn hier da mit treffen. Oh naja, ein Idiot, Alter. Der schlangen wegen seinen eigenen Wappen. Ah, jetzt hab ich die Klauen. Jetzt hab ich die Klauen, das ist besser. Jetzt hab ich die Klauen, das ist besser. Jetzt hab ich die Klauen, das ist besser. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Noch einer?! Weiß man ja, ja. Die Affe, Alter. Ey, wahrscheinlich gebe ich hier. Das wird ordentlich jetzt fast zugehört. Schön, komm, wappig lang. So, jetzt, komm. Das ist jetzt kommend. Wahrscheinlich machbar. Nein, nimm ihn mir! Schnappen, absorbieren. So, noch mehr, komm! Alles verfehlen, alles! Was? Hey, das wollte ich auch nicht. Kann ich jetzt den Scheiß wieder wegwerfen? Egal, warte mal, schieb ich nicht mehr da rauf? So, das war's schon, oder was? Ne, jetzt kommt hier so ein Panzer. Ich weiß nicht, wie er klar kommt. Ah, okay. Woh, 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 woh. Okay. Wo ist er hin? Oh, okay. Woh, 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 woh. Wo ist er hin? Woh, woh, woh. Woh, woh. Jetzt könnte ich mal wieder zu essen nehmen hier. Die kleinen Schnau. Jo, was los, das war's schon. Egal, woh. 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 Kirche. Bam, bam, bam. Yeah. Schwups, wups. Schwups. Da sind wir auch schon. Ey, Bada. James, did you go to the park? Yeah. And, and, did you stop them? Oh, I stopped the hell out of them. Father, you okay? Follow me. We have a lot to do. There are 10,000 Blackwatch troops in NYZ. And who knows what Gentech is doing in those laboratories? We need to put them down. So you trust him? I don't know about that. But I can tell you this, James. If Alex Mercer wants to kill every last one of those Blackwatch and Gentech putos. Then I am with him. What about God? He okay with this? You let me handle him. Okay. So. The next mission we have done. Oh. Aufgestiegen. 2. Ah, Gesundheit, Bewegung, Reparation. Sehr gut. Sehr wichtig. Okay. Okay. I'll do that first. I think it's important. Alright Father. Where do I find Brooks? His location will be top secret. But back in the day we used to break into Blacknet Terminals and steal that kind of information. The Terminals are those satellite trucks you may have seen around. Didn't know you were such a rebel. What exactly did you do before you were priest? Let's just say I've had a lot of tattoos removed. Enough said. Eh. I have to probably... No, no. Okay. Okay. Ganz einfach. Ganz einfach. Stop. So. Tee-heh. Die Einsatzmittel unterwegs. So ist gut. Hä? Alarmbell. Okay. Ha, okay. Oh, oh, oh. Puh. Oh, oh. Oh, oh. mit euch mit euch das ist doch irgendwie irgendwie nicht irgendwie nicht richtig irgendwie nicht richtig übernehmen ah ah nicht komm herr hier ah da guck mal dann müssen wir halt so hart man da sind greifen so jetzt kann man das Ding auch hacken jetzt müssen wir benutzen wie auch immer mhm ok got a name dr samuel billingsley he's a head researcher for gentek you're getting closer to rooks for sure hm let me try something hm ja ja jagen all right sammy's about to get an unwelcome visitor den Krieg hin locker locker muss jetzt die weg sein hopp hoch hier also da irgendwo oder was da irgendwo schwupps schwupps was der schwupps locker locker ja sabrina wasnt expecting you today no time for chit chat I'm afraid your status report was due 24 hours ago no didn't you get my memo I'm waiting to see what the effects are on the Suarez both parents are terminal but the children seem to be exhibiting some fascinating viral outcomes oh right the kids stage for liver cancer yes what's your point sooo festung 4d angenommen bla 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 okay Billingsley didn't know anything about rooks but i heard something about a gentek lab experimenting on people a lot of the catch and test missions done by gentek are monitored personally by rooks i bet you get to that facility you'll find out where rooks are stationed this is starting with you like a wild fucking goose chase so genteks einrichtung all voller gentek hier tueiii bomm 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 ryyy 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 ryyy